Herzlich willkommen zum zwölften und damit auch letzten Einführungsvideo zum HPP-Intensivkurs. Mein Name ist David Leutgepp von den Likamundi. Heute geht es darum, wie wiederhole ich am besten die gesamten Themen, die wir so bisher gelernt haben. Zum Ablauf beim Lernen grundsätzlich gibt es ein allgemeines Einführungsvideo und natürlich gibt es wieder ein Webinar, wo wir gemeinsam uns das systematisch mit Mindmaps erarbeiten, um da ein gutes Vorgehen zu haben. Hier kriegst du jetzt eine Struktur für dein Lernen, die du für dich anwenden kannst oder abwandeln kannst, wie es dir gefällt. Grundsätzlich, was haben wir eigentlich alles gelernt? Wir haben die Diagnostik, da ist besonders wichtig der psychopathologische Befund mit den Elementarfunktionen und wir haben eigentlich alle Krankheitsbilder, das zählt mehr oder weniger zur Diagnostik, ist aber auch irgendwo ein eigener Punkt. Die können wir uns gut sortieren nach der ICD-10, also F0 mit organischen Ursachen, F1 mit Substanzen, F2 Schizophrenien, F3 affektive Störungen, F4 die neurotischen und Belastungs- und somatoformen Störungen, F5 die Verhaltensstörungen mit körperlichen Auffälligkeiten, da sind vor allem die Essstörungen bedeutsam, F6 die Persönlichkeitsstörungen, F7 bis F9 sind Kinder, 7 Intelligenz, 8 Entwicklung und 9 die Störungen mit Beginn im Kindesalter. Damit haben wir schon mal alle Krankheitsbilder, dann gibt es natürlich noch die Therapie, die wir lernen mussten. Was gibt es da zu lernen? Da gibt es die Psychopharmaka und die Psychotherapieverfahren. Beides müssen wir uns auskennen. Was wird da eingesetzt und wie funktioniert das? Und dann gibt es die Gesetze, da habe ich auch wieder zwei Kategorien gemacht. Einmal die Gesetze für die Berufsausübung, das Heilpraktikergesetz, Pflichten und Verbote und dann wieder die Gesetze zur Psychiatrie, Betreuung und Unterbringung. Das ist erstmal der Überblick über alles, was wir bisher gelernt haben. Und jetzt gehen wir letztlich zwei unterschiedliche Wege, um all diese Themen nochmal zu wiederholen. Erstmal tun wir alles noch mehr zusammenfassen. Wir haben ja bisher schon Zusammenfassungen zu jedem Thema gemacht und jetzt machen wir sowas wie Mini-Zusammenfassungen, wo wir all das nochmal komprimieren in kleinere Zusammenfassungen. Da brauchen wir insgesamt sieben Mini-Zusammenfassungen, um all diese vielen Themen zusammenzukriegen. Erstmal brauchen wir fünf für die Krankheitsbilder. Wir kombinieren F0 und F1, F2 und F3, die passen jeweils gut zusammen. Für die F4, da sind so viele Krankheitsbilder drin, hätte ich jetzt eine eigene gemacht. Fünf und sechs kann man wieder gut kombinieren und sieben bis neun ist eh eine Kategorie Kinder bis Jugendliche. Damit haben wir schonmal fünf für die Krankheiten. Dann machen wir nochmal eine zu Therapie und Psychopharmaka, eine zu Gesetze und Suizid. Und damit haben wir die wichtigsten Dinge nochmal knapp komprimiert. Hier ein kleines Beispiel, ihr könntet zum Beispiel auf einer Seite F0 und F1 zusammenfassen. Da macht ihr bei F0 Delir, Demenzen und die unterschiedlichen Arten der Demenzen und tut da jeweils kurz Beschreibung, Definition, Verlauf, Ursachen, Symptome, Gefahren und Therapie aufzählen. Bei den Demenz-Subtypen braucht ihr da nicht mehr so viel. Da braucht ihr nur noch, was ist jeweils kennzeichnend charakteristisch in Abgrenzung zu den jeweils anderen. Du hast ja einmal schon ganz allgemein diese Symptomatik bei den Demenzen beschrieben. Das ist dann sozusagen die erste Hälfte deiner Zusammenfassung. In der zweiten Hälfte strukturierst du dir die Substanzen. Also ICD-10 unterscheidet ja schädlichen Gebrauch und Abhängigkeit. Das ist vielleicht nicht schlecht. Dann schaust du dir an, wie werden Substanzen grundsätzlich therapiert. Da gibt es vier Phasen. Dann zum Alkohol brauchst du auch die Phasen der Entstehung, Jelinek-Typen, Gefahren und Folgekrankheiten. Also da musst du ein bisschen mehr zusammenfassen. Und bei den Drogen machst du einfach zwei Kategorien wieder, wie wir es gemacht haben mit Party-Drogen und harten Drogen. Damit hast du jetzt alles nochmal klein gemacht. Das ist eine Art der Wiederholung. Also alles nochmal das Wesentliche zusammenzuschreiben und zu extrahieren. Aber wir gehen nochmal in eine andere Richtung. Und zwar würde ich dir jetzt empfehlen, du stehst ja jetzt knapp vor der schriftlichen und mündlichen Prüfung. Das heißt, du gehst jetzt nochmal systematisch deine ganzen Lernunterlagen durch und vergleichst sie mit den Zusammenfassungen. Du gehst alle mündlichen Prüfungsprotokolle durch, schaust, was du weißt und gehst original Multiple-Choice-Fragen durch. Alles natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt knapp vor der schriftlichen wirst du dich erstmal auf die original Multiple-Choice-Fragen konzentrieren und systematisch alle HPP-Prüfungen durchgehen. Vor allem die der letzten zehn Jahre sind besonders relevant. Also oder die letzten zehn Prüfungen, je nachdem wie viel Zeit und Muße du hast, nochmal alle Multiple-Choice-Fragen zu bearbeiten. Wenn du das tust, kannst du jedes Mal, wenn du auf irgendetwas stößt, was in deiner Zusammenfassung nicht drin ist, das dazu machen. Also du machst einmal die Original-Zusammenfassung. Dann hast du jetzt noch eine verknappte Variante, wo du alle Themen zusammengefasst hast. Und dann machst du eine erweiterte Zusammenfassung, wo du zusätzliche Infos per Hand oder irgendwie dazufügst. Also alles, was in deinen Lernunterlagen drin steht, was du noch für wichtig erachtest, wo du sagst, okay, das schreibe ich mir besser dazu, das finde ich wichtig. Dann immer, wenn du ungenaue oder falsche Antworten bei dem mündlichen Prüfungstrainer hattest, dann nimmst du das mit auf. Also da ist dir zum Beispiel aufgefallen, oje, du wusstest zu wenig Symptome vom Delir. Dann schreib dir zum Thema Delir noch ein paar Symptome dazu, dass du das sicherer hast. Oder unterstreichst dir nochmal, wenn es eh schon in der Zusammenfassung stand. Und dann, alles, was du bei schriftlichen Fragen falsch machst, solltest du dir überlegen, schau mal, steht das in der Zusammenfassung, dieses Fakt, oder will ich das noch mit reinmachen. Also wir gehen im Prinzip zwei Schritte. Wir haben Zusammenfassungen, wir extrahieren die, wir machen die klein. Und wir nehmen die Zusammenfassungen und erweitern die. Und beides sind Prozesse, wo wir aktiv sind. Und das halte ich für ganz entscheidend, jetzt knapp vor der Prüfung, dass du aktiv lernst und damit richtig gut vorbereitet bist. Schau nochmal zurück, was du alles schon geschafft hast. Von organisch sind wir losgegangen, haben viele Themen jetzt viel besser im Griff, alles systematisch erarbeitet, Webinare gemacht, Zusammenfassungen gemacht, du hast Multiple-Choice-Fragen gemacht, du kennst dich aus. Du kannst natürlich gerne nochmal ins Zusammenfassungs-Webinar kommen, wo wir alles gemeinsam wiederholen und auf den Punkt bringen und dir natürlich auch noch andere Unterstützung holen. Wir haben viele Kurse, jetzt knapp vor der Prüfung, die dir helfen. Also schriftliches Prüfungstraining, mündliche Prüfungssimulationen und auch ein Wochenende, wo wir alle Themen nochmal zusammenfassen. Erkundige dich gern bei der Likamundi, wie du die Hilfe kriegst, die du jetzt noch brauchst. Und ich wünsche dir alles Gute für die Prüfung und freue mich natürlich, wenn du mir schreibst, wie es genau in der mündlichen bei dir gelaufen ist. Und ja, viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg und ich drücke dir die Daumen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.